Hallo Fleischfreunde, herzlich willkommen bei Don Carne. Wir sind heute wieder im Roadstopp Neandertal in Mettmann und heute gibt es gesmokte Lamm-Carrés vom Kugelgrill. Los geht's! Ich habe hier zwei wunderschöne Lamm-Carrés vom irischen Salzwiesenlamm, was bedeutet, wir haben hinterher ein richtig schönes, zartes, saftiges Fleisch, hocharomatisch und schön mager. Für die Zubereitung heute nehme ich die Fettauflage komplett runter, denn ich möchte möglichst viel Rauchgeschmack am Fleisch haben. Unser Fleisch ist vorbereitet und jetzt werde ich dafür noch eine leckere Marinade machen. Die besteht aus Olivenöl, Sojasauce, Worcester-Soße, Chilis, Knoblauch, Salz und Pfeffer. Die genauen Mengenangaben findet ihr bei uns später im Blog im Rezept. Unser Fleisch liegt in der Marinade und kann jetzt eine halbe Stunde da reinziehen, bevor wir es auf den Grill legen. Den Grill haben wir ja schon vorbereitet. Dazu habe ich einen Kolokorb reingelegt und die Kohle darin angezündet und den Grill regeln wir gerade auf einer Temperatur von 100 bis 120 Grad ein. Bevor wir das Fleisch auflegen, legen wir noch ein bisschen Räucherholz in die Glut. Ich habe heute Erle genommen, aber ihr könnt natürlich das Holz nehmen, was ihr gerne möchtet. Unser Fleisch liegt im Rauch und während das gart, machen wir uns noch eine kleine Soße dazu. Dazu habe ich hier 10% Joghurt, frische Petersilie und frische Minze. Die hacke ich gleich ganz klein. Dann habe ich hier eine Zitrone, davon nehme ich nur den Saft, etwas Salz und etwas Pfeffer. Das mischen wir schön zusammen und dann ist die Soße schon fertig. Bis zum nächsten Mal. Wir haben unser Fleisch jetzt vom Grill genommen. Die Kerntemperatur lag bei ungefähr 57 Grad. Das riecht absolut fantastisch. Und ich werde jetzt jetzt anschneiden, einen Teller anrichten und probieren. Ja, was soll ich sagen? Absolut grandios. Außen schön würzig, schön rauchig, innen drinne zart und saftig und sehr aromatisch. Das solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr euer Lamm gerne esst. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt viel Spaß beim Zusehen. Gebt uns dafür einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald. Euer Olli von Donkana.